Hallo liebe Läuferinnen, von Mizuno zeige ich euch hier den Wave Aero 12. Er überzeugt durch sein breites Einsatzspektrum. Dieser Schuh bringt alles mit, was für schnelle Trainingseinheiten oder Wettkämpfe wichtig ist. Und mit seinen knapp 200 Gramm ist er ein absolutes Leichtgewicht. Die Passform ist durch die Dynamotion Fit Technologie sehr angenehm. Das weiche und grobporige Mesh-Material sorgt dafür, dass auch bei höheren Temperaturen die Füße immer angenehm belüftet sind. Die dynamische AP Plus Zwischensohle ist ultraleich und elastisch. Dies garantiert maximale Kraftübertragung bei jedem Schritt. Das Smooth Ride System ermöglicht das sanfte Abrollen und unterstützt dadurch die natürliche Vorwärtsbewegung. Beim Laufen, vor allem auf härteren Untergründen, sorgt die Dämpfung in der Mizuno-Welle für ein softes Laufgefühl. Im Vorfußbereich überzeugt der Schuh mit seiner direkten Art, sodass du immer ein perfektes Gefühl für den Boden behältst. Die Carbon-Gummisohle steht für Langlebigkeit und gute Traktion. So behältst du immer guten Grip. Der Mizuno Wave Aero 12 ist der perfekte Allrounder für alle Neutralläuferinnen, die gerne schnell unterwegs sind und einen leichten und dynamischen Schuh suchen. Ihr bekommt ihn natürlich in eurer Runners Point Filiale oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com.